Herzlich Willkommen zurück! Fick dir doch einfach in die Fresse, du Wichser! Logisch! Übelst logisch! Logischer geht's gar nicht, Wichser! Lass die Waffe weg! Lass die Waffe weg! Daneben nicht! Ist mir egal, läufst du eben so hier rum! Ey, cool! Hast du getroffen? Sieh Arsch! Scheiß doch der Hund! Das ist ja... Er stirbt in der Luft, das finde ich ja immer so logisch in den Spielen! Laden! Spast! Stehst da wie so ein Wichser mit einem verfickten Bogen, ey! Tuff, tuff, tuff! Ja, ja, halt die Fresse, es interessiert mich gar nicht mehr abgeschossen zu werden! Ist mir scheißegal! Fuck you all, Idioten! Arschlöcher! Und hochklettern! Hup, 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 hup! Was auch immer du da für ein behindertes Tächchen hast! Lass mich raten! Da tust du deine Waffe rein! Und deinen Bogen! Und deine Schwerter! Und es passt alles rein! Unglaublich! Wie er Daten komprimiert! Wie ein Meister! Oh, geil! Ein Ekran! Scheiß wie... Geil! Und ich will jetzt endlich so einen reiten! Entschuldigen Sie, Sir! Könnte ich einen... Wow! Analysieren! Benji! Oh! Ey, die wollen mich verarschen! Das ist... Dann nehmen die den Menschenausdruck von diesem Schwachkopf hier, den man spielt! Nur weil er das nicht weiß, der Wichser! Sogar ich weiß das! Oh, geil! Ich bin da! Wie die mich schon willkommen heißen! Oder sie wollen mich nur gleich umbringen! Könnte auch sein! Hallo! Hallo, Ekrane! Ich bin's! Genau der! Hallo! Hallo! Ja! Hände schütteln! Oder Flügel oder... Der will mich umbringen! Das wird mein Ekran? Sieht geil aus! Ja, ja, beruhig dich! Beruhig dich! Nein! Nein! Ich bin doch schon am sterben und dann will der mich noch killen! Oder er will mich retten! Logisch, sis! Überhaupt! Hey, ich fliege! Juhu! Geil! Ich hab Migran! Ich hab Migran! Das klingt so scheiße! Man kann es so ausdrücken! Ich steuere ein Flugobjekt! Ein Vogel! Ein... Nein! Es ist ein... Kein Vogel! Es ist ein Banshee! Es ist ein... Das ist aber von Halo ein Banshee! Nein! Das ist... Äh, klar! Wer soll denn das lesen? Oh! Ich steuere den Black Screen! Oh, ja, ja, ja! Steuerung! Oh, ich schwebe! Okay! Oh, wie geil! Oh, du wunderschönes, episches Vieh! Was nicht rückwärts fliegen kann und... Du kommst vom Himmel und kannst nicht fliegen! Ja, kann ich auch nicht! Du nennst dich Ryder und kannst nicht reisen! Links und rechts! Gas! Ah! Hoch! What the... Was ist denn jetzt mit dir los, du Idiot? Ein Stein fliegt besser als du! Danke! Da war wahrscheinlich die Wand! Yeah! What the fuck! Gut! Gut! Hier Bremse oder was? Ne, rückwärts! Alles klar! Geil! Gut! Was macht man da? Nichts! Was macht man hier? Auch nichts! Oder schreien oder so! Hier! Auch nix! Da auch nix! Da auch nix! Hö! Was macht denn der da? Auf Y steigt der runter oder was? Ich fliege einfach mal zu diesen Punkten! Zu den gelben! So! Hä? Was soll jetzt hier sein? Einfach mal runter segeln oder so! Geh runter! Ich hab keine Ahnung was da sein soll beim gelben! Ach da ist was! Runter! 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 Uah! Äh! Da! Nein! Wo fliegst du? Hin! Muss ich durch diese komischen ekligen Säulen fliegen oder wat? Hä? Was soll denn der Dreck? Ja! Leuchtet! Warum? Ja ja! Blablabla! Der Traum fliegen! Warte warte! Ich muss mir jetzt diese Steuerung geben glaube ich! Oder? Die Steuerung von dem Marschloch ist da nirgendwo oder? Natürlich nicht! Wieso auch? Behinderte Scheiße! Ähm... Nirgendwo ist dieses verfickte Fliegen erklärt! War doch Regler irgendwie! Die wollen mich verarschen! Die wollen mich verarschen! Rückwärts! Vorwärts! Hä? Jetzt ist es weg! Natürlich! Muss ich die Scheiße doch nur berühren! Voll gegengeflogen! Ich bin nicht schuld ey! Was fliegst du da für ne Scheiße du Trottel! Blöder blauer Menschenaffe! Ach fickt euch! Ist mir doch egal! Mein Ultravogel hält die Scheiße locker aus! Nicht wahr? Ja ja! Unter mir! Über mir! Das ist behindert! Das ist behindert! Die sollten ruhig mal ne... ne hoch oder runter Anzeige geben für... Was? Alter! Bist du krank? Du Kackvieh! Das ist eh wieder irgendeine Scheiße unter mir! Ja ja! Komm! Fuck you! Was zum Teufel! Das Fliegen ist ja voll kacke gemacht! Da! Ja klar! Hä? Hab ich jetzt gesagt? Alter! Beruhig dich! Alter! Bist du Scheiße? Ey! Alter! Hallo? Was war denn das jetzt für ne Rotze? Junge! Ey! Ruhig! Was ein Scheißvieh! Klar! Und das zählt jetzt schon als gesammelt oder was auch immer! Eben! Musste ich was weiß ich was dafür tun ja! Das ist ein Trick! So! Jetzt gehen wir das ganz ruhig an! Jawoll! Warum ist da jetzt schon wieder irgendwas? Hier! Ja toll! Super! Ach haltet die Fresse! Ich bin grad am Fliegen ja! Das ist viel schöner als zu schießen! Die Menschen sollten mal weniger Krieg machen und mehr je Krane fliegen! Ja! Das ist doch mal ein Werbespruch hier! Oh man! Zählt eh wieder nicht! Ja toll! War klar! Alter! Was ein Bullshit! Ja! Jetzt auf einmal! Und das Vieh kann nicht irgend so ein komisches Fleisch-Gedärme-MG aus seinen Hüften drücken oder sonst was! Nix cooles! Nee! Aber es sieht süß aus! Nein! Egal was ich drücke! Der macht nix der Penner! Keine Ultra Finisher! Äh! Okay! Außerdem scheiß! Ja! Ist doch gut! Flügel gebrochen und so! Ich weiß Bescheid! Alles ganz schlimm und schrecklich! Okay! Jetzt sieht das Flattern bescheuert aus! Eben hab ich's noch für majestätig gehalten! Hä? Alter! Die wollen mich verarschen! Junge! Alter! Boah! Äh! Ja! Ja! Dann schwenk doch auch rum! Mann! Ist... Ist... Äh! 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 Also so langsam kriegt man dann doch den Dreh raus! Wuhuuu! Ja! Du komisches Vogelfieh! Juuu! 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 Ich bin ein Angry Bird! Und hoch! Ja! So langsam geht das! Die Steuerung übertreibt nur ein bisschen, aber es geht! Ach! Schön! Yeah! Äh! 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 Absteigen müsste ich dann noch lernen! Ähm! Scheiße! Ah! Uff! Voll auf den Arsch gesetzt! Oh cool! Ich sitz auf meinem Mikran! Mh! Was für ein... Boah! Wie das aussieht, das Face! Das ist jetzt meine? Süß! Cool! Hey du Arsch! Du lebst noch? Hm! Deine Ikran ist geschickt! Ihre Freunde werden sie auslachen, weil sie sich an einen solchen Narren gebunden hat! Deine Leute bauen Maschinen hoch in den Felsen! Die Maschinen sollen Pandora studieren! Die Maschinen bespitzeln uns, holen Feuer aus dem Himmel! Wir müssten sie zerstören! Bist du verrückt? Das wird ein Gemetzel! Und wir sind die Opfer! Ich habe keine Zeit für dein Gerede! Komm! Wir greifen an! Meine Haut ist viel dunkler! Wiii! Level up! Oh geil! Warte! Das will ich nochmal... Ja! Ja! So! Ungefähr so! Ja! Perfekt! Wer pisst dich mit der Kamera, du Arsch! Cool! Okay! Warte! Kann ich auch irgendeinen ex-beliebigen Idiot nehmen? Nein! Kann ich meinen wieder nehmen? Bitte! Wie logisch! Natürlich! Auf einmal geht's nicht mehr! Ja klar! Jetzt muss ich wieder laufen, oder was? Oh! Daneben nicht! Wie geil! Wuhuu! Yay! Äh... Was liegt wo? Hey! Ach du Scheiße! Das links ist am nächsten! Wuhuu! Flieg! 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 Der Schwanz sieht komisch aus! So platt und bunt und geil! Yeah! 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 Platt! Bunt und geil! Wuhuu! Und hoch! Und runter! Und hoch! Und das Geschieße! Und hoch! Öh! Ah! Wahrscheinlich wegen dem Geschieße irgendwas! Ja! Ich muss da wahrscheinlich alles killen! Oder den Turm da kaputt machen! Oder sonst sowas! Wenn ihr mal in die Kran angreift, gibt's auf die Schnauze! Kurze Warnung! Ah! Und auf Y ist dann landen! Sozusagen! Ey du Wichse! Komm geh! Ich will absteigen! Runter! 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 Alter! Könnt ihr mal mein Piepmatz in Ruhe das nur Stück Scheiße! Äh! Y? Hab ich doch gedrückt! Ups! Ich glaub das ist ein Sprengsatz! Tut mir leid Piepmatz! Ich hab zu viel Angst! Idiot! Runter! 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 Verschwinden wir jetzt hier! Schrei doch nicht so! Tu's ja so als wärst du erschossen oder sowas! Übertreib ey! Wir machen eine Szene draus! Mein Schwanz wedelt viel cooler als deiner! trim③ Ehhh! Ich sollte nicht auf sowas achten! Ähh! Hier! Tetele... 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 Lande doch mal du Scheiß! Das ist ja behindert gemacht Kann man echt nur landen, wenn man möglich Überm Boden schwebt oder was Jawohl, bringt mich um, ist klar Alter Ah, da oben ist ein Timer Wer neben auch schon da war, hab ich nicht gesehen Alter 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 Was Ein Scheiß Ey, ich weiß gerade gar nicht, was ich von dem Spiel halten soll Also wenn ich das jetzt komplett spiele Ist das ganze Spiel einfach nur stundenlanges Verarschen vom Spieler oder Was eine Ficke Ach, wenigstens fliegen ist ruhig Und er hält nicht die Schnauze Und da lang Und da lang Und da lang Und da lang Everyday am Shuffling Ah, ich sterb jetzt sowieso mal wieder Hey, noch ein Ekran, Gude Ich park mal neben dir, gell Ihr könnt ja ein bisschen plaudern Oder was weiß ich was Zeltprobe Meins Warte Die roten Leben waren die von meinem Ekran Ist der ja kurz vorm Sterben, der Idiot Äh Hier lang Mozi, fertig Okay, ich kämpfe mal Ich wollte mal kämpfen Das ist doch ein Witz Hallo Die wollen mich jetzt Die wollen mich verarschen Ja, die wollen mich verarschen Ich hätte einfach gehen sollen Was zum Klar Und was ist das überhaupt für ein scheiß Riesenmond Egal Warum sind die Felsen auf einmal weiß auf der Karte Ich fliege über was Oder durch was weißes Ach, was weiß ich Ist mir auch egal Richtung Norden Vergess deine Sorgen Hier kann ich dir was borgen Yippie-yay-yo Yippie-yay-yo They see me waving Öp Na, super Gibt's nicht so einen Abspringknopf Oder so einen Scheiß Ah Auf einmal singst du Willst du mich verarschen Du Kackvogel Was ein Arschloch Der wollte die ganze Zeit nicht landen Aber jetzt Öp Ich hab's verstanden Ja, 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 ja Bleib ruhig Halt die Fresse Ach, ist doch Okay Ja, jetzt machst du's wieder nicht Alter Alter Landen Landen Boah, was ein Arschloch Ungehorsames Miststück Zellprobe Yeah Wo ist denn jetzt der Penner? Unter mir oder was? Hätte ich ja auch da unten landen können Was ein Scheiß Wo geht's denn hier runter ohne zu sterben? Ich der B Fuck drauf Ja, ja, ja Halt's Maul Halt's Maul Ja, komm Halt die Fresse Gude Ah, du hausch wieder Mach keinen Fehler Das heißt nicht, dass ich dir traue René Harper bringt deine Traumkammer Finde ihn Ich kann dich nicht mehr gebrauchen, Mensch Mensch? Beim letzten Blick in den Spiegel war meine Haut blau Nur der Geist zählt Dein Geist ist menschlich Du wirst nie einer von uns sein Geh Danke Ich tue mir so, als wäre ich ein schwarzer Ey, voll rassistisches Neon-Camp hier Oh, da ist wieder eine neue Talkbox für eine neue Mission, denke ich Ach, das ist das Hey, du! Der hat Drachen geschickt Von oben kann man sie beschädigen, aber von hier unten werden wir nichts ausrichten können Lassen Sie sich was einfallen Ja, ich wieder Ja, ich wieder, stimmt Nur ich bin dafür zuständig Wo ich jetzt drauf klettere Die haben doch einer in der Klatsche Ähm, okay, ne? Ähm... Ähm... Ah! Klar! Alter! Oh, lass mich mal raten Alter! Alter. Natürlich ist es so. Ey, wenn ich jetzt hier... Hä? Hä? Was? Was? Ach, Arschlöcher. Servus. Blöden Fickse. Der Kraft treibt mich auch ohne Vorwärme, man. Also fängt euch. Mann, du bist ein Trottel. Der Sprung ist viel niedriger und damit kommst du überall hoch. Auf den Drachen, Kette. Das ist ja auch der übelste Drache. Ich weiß... Leichen! Junge. Oh, jetzt muss man hier nicht im Ernst erst irgendeinen verfickten Weg finden, um da hochzukommen, oder? Und wie soll ich da hin? Es ist doch für den Arsch. Du, Kollege, Fick dich. Fresse. Es ist für den Arsch. Hier geht's runter. Ey, das ist doch... Das ist doch behindert. Bäume sollten nicht rauchen. Ihr filtert den Scheiß. Doch, verpisst euch. Jetzt will ich mich töten. Ich brauche Dörfer da. Da kommst du eh nicht hoch, du Idiot. Das Rad. Fick dich. Haha. Wolltest du mir nicht aus dem Weg gehen, also. Puh, 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 puh. Ist mir bewusst Arschloch. Wenn du es mir zeigen würdest, wie es geht, sehr gerne. Klar, wie soll ich jetzt da wieder hin? Ey, ich raus nicht. Ich raus nicht. Ey, hier geht's doch... Natürlich. Tötet mich, ich schwörst. Die Fresse. Du bist ein Arschloch. Gut, hier ist nix. Also, ich beende den Part und... Im nächsten Part... Ey, meine Klinge ist blutig. Hier ist nix. Das ist eine Sache, die immer toll ist. Und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.